Es wird also eine ganz knifflige Sache für Jogi Löw und ich glaube, so ganz geklärt ist es immer noch nicht, dieses Thema. Denn die BILD am Sonntag macht sich heute schon Sorgen mit der Schlagzeile, da schauen wir mal drauf, muss Schweinsteiger wieder raus. Sie wissen ja, die Kollegen vom Boulevard haben immer die besten Informationen, da kann vielleicht was dahinter stecken, weil wir ja auch wissen, dass Jogi Löw so ein bisschen auf Kedira steht. Das diskutieren wir gleich weiter. Nicht so wie Sie denken, Mensch. Ja.